Hallo meine Lieben, ich bin es euch Thomas aka Sparkojote. Heute werde ich euch 10 Fragen beantworten, die wie immer wieder häufig gestellt werden zum Thema Aktien und Investments. Ich habe sie mir hier aufgeschrieben. Das werden sehr spannende Fragen, teilweise auch viele Basics dabei sein, aber ich hoffe ihr seid dabei. Und ja, 10 Fragen und 10 Antworten, die ihr in diesem Video bekommen werdet zum Thema Aktien. Ich würde mich zunächst aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr unten den Abonnieren-Button drückt und die Glocke betätigt, weil dann verpasst ihr auch keine Streams mehr, denn ich streame täglich um 18 Uhr hier auf YouTube über verschiedenste Themen mit verschiedensten coolen Gästen. Also wenn ihr da keine Streams verpassen wollt, dann einfach die Glocke unten betätigen, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn jeweils die Streams online gehen. So, die erste Frage legen wir also direkt erstmal los oder die erste häufig gestellte Frage, was sind Aktien? Ja, fangen wir bei den Basics an. Und ja, was sind Aktien grundsätzlich? Aktien sind Beteiligungen von Unternehmen, die man besitzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen gewissen Teil vom Unternehmen McDonalds haben möchte, dann kaufe ich mir in diesem Fall Aktien, also eine Form von Unternehmensbeteiligung und bin dann Teilbesitzer dieses Unternehmens, McDonalds zum Beispiel. Oder das kann auch Microsoft sein oder Apple, ja. Das bedeutet, ich bin ein kleiner Teil Besitzer mit einer Aktie oder mit mehreren Aktien und profitiere davon, wenn das Unternehmen gut wirtschaftet, ja, Gewinne einfährt und halt entsprechend, ja, im Kurs wächst oder auch Dividenden ausschüttet, ja. Zu den Dividenden kommen wir später auch nochmal. Keine Sorge, wenn jetzt die Frage offen ist, was Dividenden sind, da kommen wir später dazu. Also das bedeutet, Aktien sind nichts anderes als eine Unternehmensbeteiligung oder eine Art von Beteiligung an einem Unternehmen, das zum Beispiel börsennotiert ist oder das muss nicht mal an der Börse sein, ja. Sobald man zum Beispiel ein eigenes Unternehmen gründet und da die Rechtsform AG wählt, ja, also Aktiengesellschaft, dann hat man auch Aktien von dem eigenen Unternehmen, das man gegründet hat, ja. So einfach ist das. Also Aktien sind nicht irgendwas Abstraktes, sondern es sind lediglich, ja, man ist Mitbesitzer, Teileigentümer oder Teilbesitzer eines Unternehmens. Wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann ist das Ganze gar nicht mehr so komplex, weil dann kann man sich einfach vorstellen, okay, ich habe jetzt fünf McDonald's Aktien, zehn Apple Aktien, das heißt, man ist einfach Teilbesitzer von, also ein ganz kleiner Teilbesitzer von diesen bestimmten Unternehmen eben. So, zweite Frage. Wo kauft oder verkauft man denn Aktien? Das ist immer wieder eine häufig gestellte Frage, vor allem jetzt auch Leute, die erst gerade mit dem Thema beginnen. Grundsätzlich, man kauft Aktien an der Börse, ja, das gibt verschiedene Börsen, es gibt in der Schweiz zum Beispiel die BX Swiss oder die Six, in Deutschland gibt es die Börse Stuttgart, Xetra, Börse Frankfurt und so weiter, da gibt es alles Mögliche für ganz viele verschiedene Börsen und da kauft man schlussendlich zum Beispiel Aktien, ja, und du kannst nicht direkt zur Börse gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt Apple Aktien kaufen, nein, du brauchst noch einen Mittelmann sozusagen und das ist ein Broker oder eine Bank, ja, und bei mir zum Beispiel ist das die Swissquote, aber das kann beliebige Bank sein oder Broker sein, was es da nicht alles gibt, die dir halt ein Aktiendepot zur Verfügung stellen und du dann über diese Bank oder diesen Broker an der Börse Aktien kaufen kannst oder auch eben verkaufen kannst, ja, und da kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage, wie kann man denn ein Aktiendepot eröffnen, weil um Aktien kaufen oder verkaufen zu können, ist die Voraussetzung, dass man ein Aktiendepot besitzt, ja, und das ist relativ einfach heutzutage, man sucht sich die Bank oder den Broker aus, den man möchte und da kann man Preise vergleichen, Kosten, Gebühren oder direkt zur Hausbank gehen, wenn man das unbedingt möchte, in der Regel haben die meisten Banken oder die meisten Banken bieten das halt an, also, dass man ein Aktiendepot eröffnen kann, man muss halt einfach die Gebühren genauer anschauen, wie viel kostet da jeweilig ein Depot, wie viel wiederkehrende Kosten in Form von jährlichen Gebühren oder zum Beispiel, wie viel kostet eine Kauf- oder Verkauforder, da gibt es alle verschiedene, ja, Dinge, die man heranzieht, um das Ganze zu vergleichen, ich persönlich bin eben bei Swissquote, aber wie eröffnet man das Ganze, ist relativ einfach, man ruft bei seiner Hausbank an, hey, ich möchte ein Depot eröffnen, könnt ihr mir die Formulare geben oder man recherchiert selber online und heutzutage kann man teilweise bei vielen Brokern oder Banken bereits online das Ganze machen, mit digitalem Verifikationsverfahren oder noch einem digitalen Call sozusagen, um sich zu verifizieren, also heutzutage ist das super simpel, es ist nur so die Auswahl, bei welchem Broker fängt man denn an und ich kann als Schweizer persönlich überzeugend sagen, ich bin ein Fan von Swissquote, ich benutze das jetzt schon seit zwei Jahren und habe da jetzt auch ein Depot, das mittlerweile über 140.000 Schweizer Franken drin ist und ich werde da natürlich noch weiter investieren, regelmäßig, monatlich und einfach dort mein Depot laufen lassen, ich bin da sehr zufrieden, wenn dich interessiert, wie man einfach ein Depot eröffnen kann oder insbesondere ein Swissquote Depot, dann verlinke ich dir hier ein Video, wie wir für meine Freundin ein Swissquote Aktiendepot eröffnet haben, Schritt für Schritt, wie wir das gemacht haben, wird alles erklärt, da gehen wir Step by Step durch, durch die ganzen Anmeldeformulare, solltest du einen anderen Broker, eine andere Bank wählen, könnte es trotzdem einfach hilfreich sein, damit du auch den Prozess siehst, also schlussendlich welchen Broker oder welche Bank man nimmt, ist eigentlich grundsätzlich egal, solange die Gebühren im Rahmen bleiben tatsächlich. So, kommen wir zur vierten Frage und zwar ist das eine Anschlussfrage eben auch auf die erste Frage und zwar, was sind Dividenden? Dividenden sind nichts anderes als eine Beteiligung vom Gewinn beim Unternehmen in der Regel. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben es ja vorhin gehabt, wir haben mit Aktien Anteile von einem Unternehmen, das bedeutet auch, wir haben Anteile vom Gewinn, das ein Unternehmen macht. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Unternehmen wie Apple, ja, pro Aktie sozusagen, also sagen wir es mal so, damit es einfach gerechnet wird, Apple, das Unternehmen macht Gewinn, ja, und das ist dann eine bestimmte Summe und jetzt haben wir eine bestimmte Summe an Aktien, die im Umlauf sind, die existieren von diesem Unternehmen. Der Gewinn wird durch die Anzahl Aktien geteilt und dann erhalten wir sozusagen den Gewinn pro Aktie, ja, und hier kommt jetzt die Dividende ins Spiel, denn ein Unternehmen kann sagen, hey, wir wollen den Gewinn oder einen Teil des Gewinnes an die Aktionäre in Form einer Dividende ausschütten, also an die Besitzer oder Teilhaber des Unternehmens. Das bedeutet, eine Dividende ist nichts anderes als eine Gewinnbeteiligung von den Unternehmen, in die man investiert ist und im Idealfall ist natürlich sozusagen die Ausschüttung, also die Dividende niedriger als der Gewinn, der gemacht wird, ja, das bedeutet, das Unternehmen behält auch noch einen Teil des Gewinns ein und reinvestiert das im Unternehmen oder baut Cashreserven auf, ja. Das ist eine Dividende, sehr einfach erklärt, kein Hokuspokus, es ist einfach eine Art von Gewinnbeteiligung im Prinzip und, ja, das erhalten wir Aktionäre Cash auf unser Verrechnungskonto bei unserem Aktiendepot, mit dem können wir dann theoretisch auch, wenn wir wollen, irgendwie ein iPhone kaufen, wenn es genug Dividenden sind, aber wir können natürlich auch wieder weitere Aktien mit diesen Dividenden kaufen, das ist wirklich Bargeld, das aufs Konto dann sozusagen reinfließt. So, jetzt kommen wir zur fünften Frage und da ist wirklich, da werde ich so oft gefragt, das ist unglaublich und zwar, in welche Aktie soll ich einsteigen oder welche Aktie soll ich kaufen und hier muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man diese Frage stellt einer anderen Person, da muss man erkennen, man ist noch nicht so weit sozusagen, also man muss sich da lieber noch ein bisschen Wissen aneignen, dass man selber auf eine Entscheidung kommen kann, weil es ist immer der falsche Weg, jemand anderen zu fragen, was man mit seinem Geld machen sollte in meinen Augen, vor allem, wenn es um sowas geht, ja, das heißt, man fängt gerade erst an, ist eine Woche dabei und jetzt fragt man ein paar Leuten im Internet so, hey, welche Aktie sollte ich kaufen? Das ist halt, das macht keinen Sinn. Man kann natürlich Zweitmeinungen einholen, aber dann ist es ja die Frage, was hältst du von so und so? Ich habe mir das Unternehmen genau angeschaut, ich sehe die und diese Punkte, was ist so deine Sicht auf das Unternehmen? Dann ist es nochmal was anderes, aber fragt nicht andere Menschen, was ihr mit eurem Geld machen sollt und kopiert auch nicht irgendwelche Depots oder so, einfach eins zu eins oder kauft einfach blind nach, was zum Beispiel Star-Investoren wie Warren Buffett machen oder, also versteht ihr, was ich meine? Das heißt, macht eure Entscheidungen selber und meistens, wenn ihr diese Frage stellt jemand anderem, bedeutet das, dass ihr einfach noch mehr, ja, Wissen oder mehr Zeit in dieses Thema investieren solltet, um Wissen aufzubauen, damit ihr selber eine Entscheidung treffen könnt, hey, ich möchte dieses Unternehmen kaufen aufgrund von diesen und diesen Gründen, wo ich da selber recherchiert habe, mir Zweitmeinungen reingeholt habe und jetzt investiere ich da rein. Ob das dann die richtige Entscheidung gewesen ist oder die falsche, das wird dann die Zeit sozusagen zeigen und das ist so ein bisschen meine Antwort darauf. Ich weiß, es ist etwas unbefriedigend, aber ich hoffe, ihr könnt das für euch implementieren, weil es ist ganz wichtig, selber die Verantwortung über das eigene Geld zu haben und auch zu verstehen, was für Entscheidungen man trifft und nicht irgendwie andere Leute zu fragen, was ich mit meinem Geld machen soll, ja, also das ist auch so eine Kernmessage, die möchte ich hier auf diesem Kanal, ja, verbreiten, dass man selbst verantwortlich Verantwortung über sein eigenes Geld, ja, hat und sozusagen auch selber Entscheidungen trifft. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wo solltest du am besten investieren? Das geht auch nochmal in diese Richtung und das ist halt auch vielleicht so die Frage, wo, ja, in welchem Land soll ich investieren oder an welcher Börse soll ich investieren oder zum Beispiel über welchen Broker, also über welchen Broker, also wo soll ich investieren? Grundsätzlich sind das Fragen, die man relativ früh schon schnell erklären kann, eben wo welcher Broker, welche Länder man abdecken möchte und so weiter. Das ist eigentlich, das stellt man sich dann am Anfang relativ früh und auch hier muss man wieder selber entscheiden. Da gibt es nicht, ja, du musst in diesem Land oder du musst über diesen Broker gehen. Da muss man selber entscheiden, was für einen für die eigene Situation passt und auch selber so ein bisschen den Entschluss ziehen und das Ding ist, wenn man sich mal entschieden hat, bedeutet das nicht, dass man das für immer und ewig die nächsten 50 Jahre macht, sondern man kann dann nach zwei Jahren sagen, hey, ich habe das jetzt ausprobiert so, ich probiere mal was anderes aus oder ich wechsle den Broker, ich wechsle das Depot, die Bank und so weiter. Das kann man alles noch im Nachhinein machen, also es ist nix in Stein gemeißelt. Man kann sich auch von Unternehmen trennen, von denen man nicht mehr überzeugt ist, ja, also man muss nicht Unternehmen kaufen und die ewig halten, sondern man kann auch sagen, okay, eines dieser 10 oder 20 Unternehmen, die ich mir rausgesucht habe, ist doch nicht so dolle und ich muss mich jetzt einfach mal von dem trennen, aber kann das Geld dann woanders besser investieren. Also das ist so ein bisschen, ja, diese Selbstverantwortung, man muss selber entscheiden können und ich verstehe, dass das am Anfang sehr schwer ist, aber da kommen wir zum Schluss nochmal dazu, da werde ich euch einige Buchempfehlungen geben, die euch sicherlich weiterhelfen werden. Also bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr hier vor allem bei diesen zwei Fragen Mühe habt, da werde ich noch zwei Buchempfehlungen raushauen, die euch sicherlich helfen werden, um diese Frage für euch dann auch nochmal deutlich besser zu beantworten, weil ihr dann nachher auch, nachdem ihr es gelesen habt, auch deutlich mehr Wissen habt, ja. Kommen wir zur siebten Frage, ja, und das ist eine sehr spannende und zwar, was ist eine Aktienstrategie und oder Anlagestrategie und welche gibt es? Also zunächst einmal, welche oder was ist eine Aktien- oder was ist eine Anlagestrategie? Eine Strategie ist nichts anderes als ein bestimmtes Vorgehen, das man macht oder verfolgt und sich sozusagen vornimmt, in bestimmten Situationen so zu handeln oder in solchen Situationen so zu handeln, also man antizipiert auch ein bisschen, was in Zukunft passieren könnte und wie man vielleicht reagieren sollte, ja. Und da gibt es verschiedene Anlagestrategien und da gibt es zum Beispiel Dividenden-Strategie, das ist eine meiner Hauptstrategien, da gibt es auch Value-Strategie, also Value-Investing, da gibt es antizyklisches Investieren, also eine antizyklische Strategie, eine zyklische Strategie, ja, da gibt es Trading, Trading kann man natürlich auch machen, ist auch eine Form von Strategie und viele, viele weitere und ich glaube nicht, dass es die eine perfekte Strategie gibt, ja. Es gibt diverse Strategien und meistens ist es auch nicht eine, die man strikt fährt. Ich fahre zum Beispiel zu 70% die Dividenden-Strategie und zu 30% eine wachstumsorientierte Strategie, wo ich halt in Wachstumsunternehmen investiere, die vielleicht gar keine Dividende ausschütten und da muss man sich auch im derzeit dann selber eine Strategie bauen. Klar hat sie vielleicht von hier ein paar Komponenten, von hier und von da, aber man baut sich seine eigene Strategie auf und ich glaube nicht, dass es die perfekte Strategie gibt, sondern es gibt eine Strategie, die man verfolgt und immer weiter verbessert und individuell auf seine Situation anpasst und es gibt nicht so ein One-Size-Fits-All in meinen Augen. Selbst wenn man in ETFs investiert, also in breit gefächerte Exchange-Traded-Funds, die halt passiv gebildet werden oder Indizes, also Indizes abbilden, ja. Und also das ist, glaube ich zumindest, also es gibt nicht die perfekte Strategie. Man kann immer irgendwas verbessern und man lernt immer aus auch Fehlern und die eigene Situation ist immer individuell und kann nicht verallgemeinert werden von dem her. Ja, mit der Zeit entwickelt sich eine Strategie und das dauert halt Jahrzehnte in meinen Augen und das hat man nicht innerhalb ein paar Wochen, ein paar Monate ready und dann ist das gegessen vom Tisch. Kann ich nicht oder ja, glaube ich einfach nicht, ja. Das ist einfach so meine Meinung. So, dann kommen wir zu Frage 8, ja. Und zwar, wie viel Geld brauche ich, um in Aktien investieren zu können? Die einfache Antwort lautet, man kann schon ab einem Franken oder einem Euro starten oder ab noch weniger. Kommt halt eben darauf an, welche Aktien man kauft und und es gibt Aktien, Penny Stocks nennen die sich auch, die sind im Cent-Bereich, ja. Und ich habe zum Beispiel Vapiano gekauft für 50 Cent eine Aktie. Das ist keine Anlageempfehlung, würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Ich habe diese eine Aktie zum Beispiel nur gekauft, um, falls dieses Unternehmen insolvent geht, ein Learning zu haben und zu sehen, wie ein Insolvenzprozess funktioniert mit einem börsennotierten Unternehmen, ja. Das heißt, man kann theoretisch ab schon Kleinstbeträgen investieren. Natürlich schaut man, dass man da natürlich schon auch Summen investiert, wo es Sinn macht tatsächlich, vor allem gebührentechnisch. Also, ich sage immer zum Beispiel, dass die Gebühren von Kaufen und Verkaufen maximal 1,5 Prozent von der Ordergröße sein dürfen. Das bedeutet, wenn ich jetzt 500 Euro investiere, dürfen die Gebühren maximal 7 Franken 50 oder 7,50 Euro kosten für die Order. Oder wenn man 1000 Euro investiert, darf es maximal 15 Euro kosten und so weiter. Also, hier muss man immer so ein bisschen überlegen. Also, ob jetzt Euro oder Franken ist egal, ist ja ein prozentualer Wert. Auf jeden Fall kann man schon ab sehr früh investieren. Ich habe direkt mit 18 angefangen zu investieren, auch während der Ausbildung noch. Habe auch mein Ausbildungsgehalt mit der Zeit dann immer investiert. Konnte halt nicht jeden Monat damals investieren, sondern habe dann so quartalsweise mal investiert oder alle zwei Monate. Also, keine Sorge, man kann auch mit kleineren Beträgen beginnen zu investieren. Man muss nicht irgendwie schon Millionär sein, um Aktieninvestments zu tätigen. Das ist leider ein Trugschluss, den viele haben und den wollte ich hier eigentlich direkt aufklären. Kommen wir zur Frage 9 und das ist eine sehr spannende Frage und zwar, wo finde ich Informationen zu den Unternehmen oder den jeweiligen Aktien? Das ist natürlich sehr wichtig. Ich möchte mich ja über ein Unternehmen informieren und wo kriege ich diese ganzen Informationen? Ich habe zunächst einmal ein Video dazu, wo ich eigentlich alles genau erkläre. Das verlinke ich hier oben gerne, wo ich so meine Tools zeige, meine Finanztools und auch wo ich mich informiere, wenn ich Unternehmen genauer anschaue oder eben Aktien anschaue. Einfach Kurzfassung, ich benutze zum Beispiel einen Aktien-Screener, der nennt sich Aktienfinder. Für Zweitmeinungen benutze ich gerne alle Aktien, also Analysen von alle Aktien. Drittens Finanzen.net zum Beispiel benutze ich sehr gerne, das habe ich vielleicht auch schon mal gefunden. Da kann man dann immer schön auch Kennzahlen von den Unternehmen anschauen oder verschiedenste Werte, Dividendentage und so weiter. Man kann auch Artikel einfach über Google finden, also vor allem, wenn es um aktuelle News geht. Dann die Investor-Relation-Seite von den jeweiligen Unternehmen, weil jedes börsennotierte Unternehmen hat eine Investor-Relation-Seite. Einfach das Unternehmen auf Google eingeben, zum Beispiel Starbucks und dann dahinter Investor-Relation, ein englisches Wort. Und dann findet ihr eigentlich im Prinzip immer die offizielle Unternehmensseite und da gibt es dann zum Beispiel auch die Geschäftsberichte, die offiziellen, die Jahresberichte, die Quartalsberichte von diesen Unternehmen. Da kann man natürlich auch durchgehen. Das ist dann die Informationen von den Quellen direkt ziehen. Natürlich ist es relativ dick, ja, so ein dicker Schinken jeweils der Jahresbericht oder der Quartalsbericht, aber da kommt man natürlich auch an die Informationen ran. Und natürlich YouTube-Videos kann man sich reinziehen, Blog-Beiträge kann man sich lesen, alles Mögliche. Aber wie schon gesagt, wenn ihr genauer wissen wollt, einfach das Video abchecken, das ich da verlinke. Kommen wir zur letzten und zehnten Frage, ja, kann man mit Aktien reich werden? Ja, kann man. Es dauert halt einfach Dekaden, ja, also macht euch nicht die Illusion, dass ihr jetzt zum Beispiel anfängt mit dem Investieren und innerhalb von fünf bis zehn Jahren richtig reich und vermögend werdet, ja. Ihr werdet aber über 10, 20, 30, 40 Jahre mit Aktieninvestment und regelmäßiges Investieren schon durchaus reich und vermögend, vor allem wenn ihr auch viel sparen könnt. Habt ihr allerdings vor, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wirklich krass Vermögen aufzubauen und reich zu werden, dann ist Aktien natürlich ein nettes Vehikel, um einfach Vermögen, ja, zu investieren, aber man wird dadurch, also man wird in so einem kurzen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren tatsächlich nur vermögend und reich, wenn man wirklich viel verdient und viel davon sparen kann, ob das jetzt im Angestellten-Dasein ist oder als Selbstständiger oder als Unternehmer, das ist völlig egal, aber gebt euch nicht der Illusion, dass ihr, nur weil ihr in Aktien investiert, relativ schnell reich werdet. Nein, das ist nicht der Fall, das ist eine langfristige Angelegenheit. Für mich sind Aktien auch ein sehr langatmiges Investment, also da investiere ich nur Geld, das ich für die nächsten 40 bis 50 Jahre nicht brauche und eigentlich hier einen Teil meines Vermögens immer wegstasche und monatlich regelmäßig investiere, ja, und dadurch natürlich auch immer mehr passiven Cashflow durch Dividenden und Kur erhalte und natürlich im Idealfall auch Kursgewinne dann im Portfolio habe, ja. Aber grundsätzlich, ja, man kann dadurch reich werden, aber das ist eine sehr langwierige Sache und wenn ihr wirklich in Anführungsstrichen schnell reich werden wollt, dann ist Aktien definitiv nicht der richtige Weg, ja. Und das will ich hier einfach nochmal transparent sagen, dass ihr euch nicht der Illusion gebt, ja, mit Aktien werde ich super schnell reich oder so, ja. So, jetzt sind wir zum Schluss angekommen und ich habe es natürlich nicht vergessen, ich habe noch zwei Buchempfehlungen für euch und die können euch natürlich sehr weiterhelfen in meinen Augen und haben mir persönlich auch weitergeholfen, als ich diese Bücher gelesen habe. Ich konnte da viel Wissen draus rausziehen. Es sind sehr einfache, verständliche Bücher, vor allem auch für Anfänger gedacht, also die Schreibweise ist simpel zum Lesen, auch, also man versteht grundsätzlich, wenn man diese zwei Bücher gelesen hat, schon sehr viel über die ganze Finanzwelt, sowohl Einzelaktien als auch ETFs, ja. Darum, ich kann diese zwei Bücher nur wärmstens empfehlen. Das erste ist Cool bleiben und Dividenden kassieren. Das ist ein super cooles Buch, vor allem auch jetzt die Dividenden, die die Leute, die die Dividendenstrategie interessant finden. Und das zweite Buch ist Souverän investieren von Gerd Kommer. Ein klassisches ETF-Buch, das kennen sicherlich vielleicht auch einige, die vielleicht jetzt noch schon ein bisschen länger dabei sind beim Thema investieren in Aktien oder an der Börse. Aber das sind so die zwei Bücher, die kann ich euch wärmstens ans Herz legen, die ihr auf jeden Fall lesen sollt, vor allem auch am Anfang, weil da bekommt ihr wirklich sehr viel Input und da lernt ihr auch sehr viel. Da könnt ihr relativ schnell euer Wissen kickstarten, nenne ich das auch gerne und wirklich viel Erfahrung dann auch ansammeln, wenn ihr das Wissen aus den Büchern dann auch entsprechend umsetzt. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde so interessieren, ob euch mehr solcher anfängerfreundlichen Videos interessieren. Ich weiß, ich habe viele Leute, die auch schon seit Jahren dabei sind an der Börse oder seit Jahrzehnten dabei sind, aber auch viele junge, neue Leute, die sogar auch jünger als ich anfangen, schon als 17-Jähriger anfangen. Darum mache ich auch gerne solche Videos, um halt auch dieses Wissen so vermitteln zu können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Videos haltet oder ob ihr mehr solcher Fragenvideos sehen wollt mit häufig gestellten Fragen zum Thema Aktien oder anderen Themen, würde ich mich super freuen, wenn ihr da Feedback geben könntet. Ich bin da wirklich sehr offen für Feedback und ansonsten, wenn ihr wirklich Anlaufstelle braucht und Hilfe braucht oder persönliche, ich sage jetzt mal Inputs braucht von anderen Menschen, die vielleicht auch schon das erlebt haben, was ihr gerade durchlebt, sprich auch mal irgendwann anfangen mussten, ja. Dann gerne den Finanzrudel Community Club abchecken, einfach finanzrudel.ca.klub Link ist auch unten in der Videobeschreibung, da sind wir mittlerweile über 1500 Mitglieder und mehr als die Hälfte davon ist aus der Schweiz, ja. Und da diskutieren wir über persönliche Finanzen, Aktien, Business und Minimalismus und vieles mehr. Also wirklich viele coole Leute am Start und da tauschen wir einfach unsere Erfahrungen aus, was wir erlebt haben, was wir für Fehler gemacht haben und so weiter. Also ich würde mich freuen, wenn du da joinen würdest und mit deinen Erfahrungen hier auch Mehrwert bieten würdest, weil ich lerne natürlich auch gerne von dir. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss Leute.